Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema LibreOffice Kalk von Zelle zu Zelle bewegen. Beim Öffnen eines Tabellendokuments ist normalerweise ein Ausschnitt der aktuellen Tabelle zu sehen. Von den Zellen im sichtbaren Fensterbereich wird eine Zelle durch eine fette, schwarze Umrandung hervorgehoben angezeigt. Das ist momentan E10. Diese Hervorhebung zeigt den Fokus an. Wenn eine Gruppe von Zellen ausgewählt ist, werden diese in der Standardeinstellung hellblau oder grau hervorgehoben. Mit einer schwarz umrandeten Fokuszelle Mit der Maus Um den Fokus mit der Maus zu bewegen, bewegen Sie einfach den Mauszeiger auf jene Zelle, die Sie auswählen möchten und klicken mit der linken Maustaste darauf. Dies ändert den Fokus auf die neue Zelle. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn die zwei Zellen weit auseinander liegen. Mit der Tabulator oder Eingabetaste. Drücken Sie die Eingabetaste oder Shift Eingabetaste, um den Fokus nach oben bzw. nach unten zu bewegen. Drücken Sie Tabulator-Taste oder Umschalt-Tabulator, also Shift-Tabulator, um den Fokus nach rechts bzw. nach links zu bewegen. Anpassen der Eingabetaste. Die Richtung, in der sich der Cursor nach Betätigen der Eingabetaste bewegt, kann über den Menüpunkt Extras, Optionen, LibreOffice Calc, allgemein eingestellt werden. Der Cursor kann sich nach oben oder unten, nach rechts oder links bewegen. Je nach Art der aktuellen Datei oder abhängig von der Art der eingegebenen Daten, kann die eine oder andere Richtung sinnvoll sein. Die Eingabetaste kann auch zum Wechsel in oder aus dem Bearbeiten-Modus genutzt werden. Mit den ersten beiden Optionen, hier Eingabeeinstellungen, die Eingabetaste bewegt die Selektion nach unten, rechts, oben, links oder Eingabetaste schaltet in den Edit-Modus, kann das Verhalten der Eingabetaste verändert werden. Mit den Pfeiltasten drücken Sie die Pfeiltasten auf der Tastatur, um den Fokus in Pfeilrichtung zu bewegen. POS 1 bringt den Zellcursor an den Anfang der Zeile und Ende bringt den Zellcursor in die am weitesten rechts liegende Zelle der aktuellen Zeile, die noch Daten enthält. Bild unten verschiebt die Anzeige um eine ganze Bildschirmseite nach unten. Und Bild oben entsprechend nach oben. Durch gleichzeitiges Drücken von STRG oder ALT-Taste und einer der Tasten POS, Ende, Bild oben oder Bild unten, wird der Cursor in besonderer Weise verschoben. Und am Ende noch ein Tipp. Durch Kombination der ALT-Taste mit einer der Pfeiltasten lässt sich die Spaltenbreite verändern. Also ALT- und Cursor-Tasten. Nach links und nach rechts. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück. Das war User Paul von OpenScreenCast. Das war User Paul von OpenScreenCast.